Willkommen in einer Zeit, in der wir Musik noch analog gestreamt haben. Als unsere Klamotten das erste Mal in waren, unsere Gruppenschatz offline, als wir Likes noch persönlich gaben und sich keiner um Kommentare scherte. Hey, Kürinowski, du alten Arschloch! Wir, das waren Mücke, Spüli, Pommes und ich. Mitten im Pott, mitten in der Pubertät und ohne Internet. Machst du Bio? Schön. Wir hatten nur ein Ziel, aber keinen vernünftigen Plan. Tanzschule, da lernst du Frauen kennen. Herz, da war ich recht. Wie sieht's mit Drogen aus? Ich hab mal Tee geraucht. Also bleibt nur die Rockmusik. Die Gruppis warten schon auf euch. Diesen November erlebe die Hoffnungen... Wir spielen jetzt meine Runde Strip-Poker. Habe ich den 10 Minuten nackig für dich. ...Träume und Blamagen... Was ist denn hier los? ...an einem verrückten Ort zu zwei verrückten Zeiten. Tatsch! Lass mal gut sein. Ist besser für uns alle. ... ... ...